Herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 3.7.2019 So Leute, wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, dann könnt ihr gerne auf Abonnieren drücken, die Glocke aktivieren und einen Daumen nach oben da lassen und dann würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, schaut mal den heutigen Itemshop rein. Da gibt's ein neues Outfit, den Gage. Leider habe ich den wieder nicht auf der Map finden können. Dann habe ich jetzt drei Matches gespielt, waren jetzt 120 Spieler quasi auf der Map. Keine einzige davon hatte einen Gage. Ja, da fangen wir mal auf der rechten Seite an. Da haben wir das Handzeichen, Hand Signals und das fand der Herr sofort so cool auch, dass er für 500 V-Bucks sich das Teil geholt hatte. Deswegen kriegt's auch von mir 8 von 10 die Hand Signals. Da haben wir ein Voting von 4,32 von 5 bei 34 Votes. Am 18. August 2018 das erste Mal drin gewesen, seitdem 8 Mal 63 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 115 Tagen am 10. März 2019. So, dann haben wir Pumpernickel für 500 V-Bucks. Geht von mir 7 von 10 das Teil. Pumpernickel hat hier ein Voting von 3,7 von 5 bei 33 Votes. Am 8. August 2018 das erste Mal drin gewesen, seitdem 12 Mal. 302 Reminders. Das letzte Mal vor 66 Tagen am 28. April im Shop. So, dann kommen wir zu den Smooth Moves. Gibt von mir 10 von 10. Smooth Moves hat hier ein Voting von 4,55 von 5 bei 92 Votes. Am 1. Oktober 2018 das erste Mal drin gewesen, seitdem 12 Mal. 302 Reminders. Das letzte Mal vor 22 Tagen im Shop. Dann haben wir den Scorpion. Der Scorpion passt natürlich perfekt zu den Paradise-Spielern. Kriegt von mir 8 von 10. Hat hier ein Voting von 4,15 von 5 bei 76 Votes. Am 28. August 2018 das erste Mal drin gewesen. 15 Mal seitdem. 111 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 17 Tagen. Die Spektralhacke finde ich persönlich nicht wirklich so toll. Kriegt von mir 5 von 10. Für 800 V-Bucks. 4,25 von 5 bei 44 Votes. Am 14. März 2018 das erste Mal drin gewesen. 30 Mal seitdem. 64. Wie meine. Das letzte Mal im Shop vor 20 Tagen. Shadow Ops. Schattenagentin. Für 1500 V-Bucks. Kriegt von mir 7 von 10. Hat hier ein Voting von 4,28 von 5 bei 75 Votes. Am 15. Dezember 2017 das erste Mal drin gewesen. 31 Mal seitdem. 93. Wie meine. Das letzte Mal im Shop vor 14 Tagen. Dann haben wir die Rote Ritterin. OG Skin für 2000 V-Bucks. Hat er sofort auch. Das Teil ist cool. Gefällt mir auch. Kriegt von mir 10 von 10. Hat hier ein Voting von 4,22 von 5 bei 217 Votes. Das ist vom 15. Dezember 2017 das erste Mal drin gewesen. 19 Mal seitdem. 346 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 28 Tagen. Das Ding ist Kult. Sage ich euch. Dann haben wir diese Karmesin Hacke. Kriegt von mir. 6 von 10. Hier auch schon 100 Mal drin gewesen. Crim Snacks. Ihr habt hier ein Voting von 3,53 von 5 bei 32 Votes. Am 6. Juli 2018 das erste Mal drin gewesen. 12 Mal seitdem. 30 Reminders. Auch vor 28 Tagen das letzte Mal im Shop. Dann sind wir damit durch. Dann haben wir hier dieses Set nochmal. Wenn es euch interessiert, wie ich es bewertet habe. Mit dem Gameplay vom Seestern. Plus Muschelhacke. Muschelhacke plus am Ende auch nochmal Qualle. Ja, dann guckt mal oben in der rechten Ecke. Da ist das Video verlinkt. Teil mega geil. Finde ich persönlich mega geil. Schauen wir mal, wie sich die Noten entwickelt haben. Zu gestern. Und da sieht es jetzt folgendermaßen aus. Wir haben einmal für den Manowar, also für die Quale, 4,36 von 5 bei 11 Votes. Das hat sich ganz gut entwickelt. Nur zwei Reminders allerdings. So, dann hätten wir als nächstes für den Starfish. Da ist es nicht gut ausgegangen für den Starfish. 2,74 von 5 bei 19 Votes. Ja, 19 Reminders. Das ist nicht gut. Aber die Conch Cleaver hat sich nochmal ein bisschen gefangen. Notenmäßig. 3,67 von 5 bei 9 Votes. Und drei Reminders. Ja, das war es erstmal mit diesem Set hier. Ich weiß jetzt nicht, ob da noch irgendwo... Ne, der Emote ist hier nicht mehr mit dabei von gestern. Dann kommen wir zu dem neuen Outfit. Das ist der Gage. Und da schauen wir uns das Teil mal an. Ja. Hab schon gesehen. Ninja hatten sich geholt. Verschiedene andere haben... Streamer haben sich das Ding geholt. Ich finde ihn persönlich ganz okay. Ist jetzt nicht mega geil, aber auch nicht mega schlecht. Irgendwo dazwischen drin. Kriegt von mir 6 von 10. Leider nirgends auf der Map gefunden. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet es nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt. Fortnite Daily Shop News. Mit dem dann gleich. Schaut rein. Macht's gut. Bis dann und tschüss.